Hören Sie drei Fun Facts über den schwedischen Sopran Birgit Nilsen. Birgit Nilsen war eine der größten Brünnhilde und Isolde des 20. Jahrhunderts. Sie wuchs in einer ländlichen Gegend in Südschweden auf, und sie sah ihre erste Oper erst mit 22 Jahren. Ihre erste Hauptrolle war das Entchen aus Freischütz. Sie musste die Rolle in nur drei Tagen lernen. Das Urteil des Dirigenten der Aufführung. Sie ist unbegabt und unmusikalisch. Bald schon startete ihre Weltkarriere. Ihre Brünnhilde und Isolde war unerreicht. Ihr Marktwert war so hoch, dass sie an der Meteor bezahlt wurde als Maria Callas und Renata Tibaldi. Während letztere 2750 Dollar pro Abend kassierten, lag die Gage der Nilsen bei 3000 Dollar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017